Willkommen bei Zock mit den Mädels, heute mal am Draftpick im Normal und mit dabei sind Firebug, Vivox, Zivil und der oder die gute Simon. Ja und ich bin auch da. Die gute? Die gute Ute. Die gute Ute. Ja. Weiger, I love you. Ich wusste es in dem Moment, als sie das sagte Weiger. Ich dachte mir so, I love you. Boys love. Was? Mit Weiger? Beschreib mal bitte, dass du ein Mädel bist. Aber warum? Das ist überhaupt nicht wichtig. Ich wollte sagen, warum sollte sie das schreiben? Wofür ist das jetzt wichtig? Ich wollte immer schon. Einfach nur um die Karte zu trollen. Aber der Weiger an sich ist einfach ein... Weiß ich nie. Oh Gott. Die Karte wird sich mit dir, glaube ich, mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Nee, nee. Ich will mich, glaube ich, töten, habe ich das Gefühl. Was? Sofort geht Rickshay an der Necke. Thomas, der Love Story ist Twilight. Thomas, der Love Story ist Twilight. Was für ein dummes Lamm. Wer von euch ist das Lamm? Aber das haben sie nicht verstanden. Das haben wir im Film nicht gesehen. Was? Ich will doch öffnen Bücher. Ich will doch öffnen Bücher. Das ist besser. Was tut ihr da oben? Keine Ahnung. Ihr macht's doch gar nicht, tut's denn los mit euch. Das ist ja cool. Was tut ihr da oben? Whoa. Kalkulierungsfehler. Ja total miskalkuliert. Heute Love Story auf der Top-Lane. Der Rennington soll nicht so schüchtern sein. Will ich doch auch. Kannst du sagen, Simon ist doch ganz sanft. Jetzt geht's zur Sache. Ja. Wollte ich jetzt eigentlich hier reinsetzen ins Gebüsch, oder? Ich hätte ihn jetzt nach oben gepackt, weil Vision nach oben ist wichtiger. Ach stimmt, du hast gerade den reingemacht. Und ich hab erstens 20 Sekunden wieder einen. Dann rennt der ist Fresh eh fast nur weg. Und guck mal hier. So weg. Nein. Ich will die ganze Zeit die Seelen aufnehmen. Ich will die. Da wollte ich den Blue geben. Ich hab den gerade gemacht. Hab richtig blöd gegen die Wand geflasht. Und jetzt. Mit Rek'Sai? Also Tunnel. Ja, hab ich nicht geskillt. Hab ich Level 3? Hab ich nicht. Das skillst du mit im Jungle nicht als erstes. Dann kommen wir weg. Spät. Ferdere ich. Oh, die haben beide so lowlife, aber ich hab keine Mana. Das ist gut, dann können sie nicht farmen. Ich hab Pods. Oh, ich hab ne gute Idee. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird gleich beim ersten Code geschrieben. Ja, ich seh ihn. Wollt entweder ich oder der Renek den Stier proben. Ja, bitte der Renek den. Geht mir Mühe. Aber der ist so groß und stark. 20 Sekunden. Da oben ist Trashy. Wie ist die L Disp verdeckt? Und ja. Ja, es ist. Ja, ich würde gerne in den Marty. Ich würde gerne in den Board reinsetzen. Oder du mal weißt. Stimmt nach der Mauer. Und gerade sagst du hierhin und setzt mich daran ran. Okay, ich bin gleich tot. Soll ich kommen? Ne, du braun. Sorry. Der Trash ist, glaube ich, auch irgendwie nach oben in den River gekommen. Ne, ich bin noch weggekommen. Okay. 1100 Gold, streng dich mal an. Ein Mana mehr. Ein bisschen. Dann direkt wieder in die Base gehen. Katta ist weg. Ah, scheiße. Katta ist weg, Katta ist weg. Na, ich schaff's bestimmt auch nicht. So viel zu dem Gold. Katta ist hier unten. Ja, hier sind viele. Da haut mich jetzt bestimmt noch um. Oh, das war ein Stück knapp für den Renekin. Nein, komm. Ah, das gibt's doch nicht. Aber, Niki, du hast es gesagt, man hat es gesehen. Und der Tower hat Katta gekriegt, so. Ja. Und warum? Wow. Oh, du musst das schicken. Oh, das werden sie noch. Oh je. 17. Dezember. Ja, muss ich. Der bleibt mir jetzt gerade weg. Ich glaube, ich bin weg. Jetzt sind die Party bricht aus. Bei wem? Nein, Alter. Warum? Also, sie mich fragen, ob ich das dann schaffe, wenn das jetzt einen Monat vorgeht. Ich war so grob zu ihm, das kann ich voll verstehen. Wir glauben an dich. Guck da, weil Liebe. Äh, okay. Katta glaubt an dich. Ja, wir... Erik kommt nach unten zum Duelk, oder nicht? Ja, ja, ich bin unterwegs. Erik, die waren noch nicht angegriffen worden. Ja, aber die sind ja schon alle. Und fand ich dann zu worden und so. Was? Ja, die sind auch mehr als worden. Mich beispielsweise schon wieder. Triss am Arsch. Macht sie, sie haben kaum was. Wow, das war jetzt richtig behindert. Ich hab eine Ulti geused. Ja, aber es sind zwei. Ich hab mich verklickt. Da ist einer. Bin nicht zurechnungsfähig. Ich hab meine Ulti gerade auf eine Full-Life-Cutter geschossen. Ja, das hat so gar keinen Schaden gemacht. Du bist auch gerade so leise gewesen. Ich hatte schon Sorge. Ich war geschockt in den ersten Moment. Wollte man ein Cage machen? Was mach ich? Ulti! Ich will die ganze Zeit, diese Rek'Sai-Tunnel wegmachen. Oh nein, Rek'Sai-Tunnel. Ja, so aus Spurakodomekos ist ein Rek'Sai-Tunnel bei uns. Moment, Moment, wir haben Rek'Sai bei uns. Okay. Das ist ein wenig ungewohnt, das tut mir leid. Hilfe! Hilfe! Der Ding ist, der hier, der geht hoch. Der macht dein Camp hier. Ja, kann ich nichts gegen machen. Aber danke für die Info. Ich hab ihn angegriffen. Das ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vorbildlich. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Schau ab. Meine Kata ist weg. Ich bin böse. Hör auf zu lachen. Okay, bin unterwegs. Wo denn? Gerade hier gewesen, da hat gerade mein Walk-Up gemacht. Ich bin gerade auf der Karte gesehen. Wir dann raten an den Reinigten. Ja. Gut, er hat seine Dive-Möglichkeit dann auch schon. Nice, 5-0. Meine Kata ist wieder weg. Hallo. Sorry, den brauchte ich einfach eine Kill. Komm, stimmt wieder runter, passt auf. Nee, nee. Oh, nee, nicht hier. War dafür. Gut, ein Last-Hit reicht. Und tschüss. Alter. Boah, leg die Sprache um. Guck mal, ich hab sie böse. Hm? Dann sag ihm doch, du wolltest ihm nichts Böses tun. Nee, hasse dich jetzt. Ist klar. Los mit euch. Liebe, Opfer. Nee. Na ja, gebrochene Liebe. Passt auf, da. Ich hab ihn nicht getötet. Du hast gesagt, du wolltest den Kill. Ja, aber... Dein Gleis oben. Arison PVP, hi. Hi. Schön, dass du da bist. Hallo. Soll ich dir helfen kommen? Nee, ne? Nee. Wollten wir sicher gehen, dass du das gleiche denkst wie ich? Wurde getötet. Du wurdest getötet? Ja. Oh. Arison PVP? Dein Name sagt mir auf jeden Fall was, ja. Das ist ja schon mal gut. Ja, ich weiß. Die Cutter und der Dissin kommen auch nicht so. Ja, ich würde sagen. Ich würde gerne... Hallo. Danke. Ist er auch da? Ja, ja. Alles gut. Rendeck ist wieder top. Da tut es mir auch weh. Ach schön, die sind wieder alle irgendwie. Outragon. Ah, alles klar. Gut. Unter dem Namen sagt mir das ich... Schatzi, was machst du da? Ich habe... Ich bin alleine rein. ...Connect. Disconnect. Ah. Hat man auch gerade gehört. Ja, ja, Outragon. Alles klar, als du entsprechend Outragon gesagt hast, wusste ich auch sofort wieder wer du bist. Was war denn jetzt das Problem? Keine Ahnung. Mit der TS merkt man das auf jeden Fall auch. Jo. Ja, man hört sich, aber man versteht dich nicht. Und, ähm, Outragon, einfach Ausrufezeichen IP. Hört man mich jetzt? Ja, aber abgehackt. Immer noch ruckelig. Ah, hallo. Sehr abgehackt. Du roboterst. Ja. Ich habe auch einen Ping von tausenden Seiten. Ja, danke. Man versteht gar nichts. Nö, kein Stück. Ich habe einen Ping von, weiß ich nicht. Ping von anno dazumal. Over 9000. Ja, so in etwa. Ähm, Minecraft ist immer sonntags. Sonst springen aber auch so immer genug Leute auf den Server rum. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ja, Hilfe, hättest du. Ich hatte gerade einen Ping von über 3000. Ja, das haben, das haben, okay. Ja, das, das, das kenne ich, Niki. Och Gott, das ist jetzt aber echt doof fürs Spiel. Ja. Also ich habe hier unten nur den Huckinator. Renekton ist jetzt wieder oben. Mhm. Mal reinkommen. Ich komme dann einfach wieder nach oben. Man hört sich jetzt auf jeden Fall wieder normal. Ja, jetzt geht es wieder bei dir. Ich bin da einfach so über die Map heizt. Wo ist der, äh? War gerade nicht vorne noch. Da, er kommt zu mir. Ja. Da ist der, äh, die Sin. Wollen wir den machen? Komm runter zu dir, ja? Oh Gott. Ja, nein. Katja, ist auch noch hier vorne? Mhm. Die ist rausgesprungen, ist klar. Bin ich wieder raus? Nein. Ist gut. Ich kann nämlich auch nichts machen, so gerade. Oh Gott, was sind das denn hier für Springer? Ich habe nämlich laut. Nice. Sehr gut. Irgendwas kommt durch den Ripper angelaufen. Ja. Ja, ja, komm, an hier. Ich muss raus, ich bin fast tot. Okay. Oh Gott. Arison, alles gut. Einfach öfters, wie gesagt, äh, da sein. Dann wirst du auch den Status eines Welpen schnell erreichen. Hatter geht in Junk um. Mach deine Dinge ins Dark Rutsch. Ja. Kann ich gerade, wie gesagt, leider noch nichts tun. Ich muss mit Rek'Sai erstmal wieder reinkommen. Das ist ja auch ewig nicht gespielt, ne? Wobei ich sagen muss, so schlecht läuft es gar nicht. Du sagst, dass du mir genau sagst, dass du eine Katze hinter dir ist. Was? Das habe ich gerade erst so im Augenwinkel gesehen. So, was, dass du eine Katze. Ich wollte gerade sagen, hast du, du hast, das klang so, als hättest du das gesagt. Und ich dachte mir so, du hast das gesagt. Das kam null an. Ja, ich hatte gerade mein Headset auch nicht gespielt. Ja, super. Ja, ich musste gelegentlich, äh... Ist ja nur normal, hallo. Ja, aber das war dann so, so, da ist eine Katze neben dir. Das hast du gesagt. Hi. Guck mal, ich gehe da... Oh, zu spät. Okay, tschüss. Okay, ich gehe wieder. Ich kann runterporten. Oh, okay, die hat doch schon sieben Kills. What? Durchhalten. Ja. Das erklärt so einiges. Ja. Die machen gerade deren Blue. Äh, unseren Blue, meine ich. Ja. Jetzt ist es deren Blue. Ne, ne. Hallo, kann ich mal hier raus? Leute. Ja. Boah, ich habe erst 100... Bleib mal hier, Trash. ... und ich finde die Fehlzeitstärke bei 20 Minuten. Also, ich, ich halte hier gerade noch so schön ab. Sehr gut. Da kommt Brennerk, ne? Der miese Schlinger. Ja, aber ich kann das nicht viel machen hier. Können wir da reingehen? Ne, ne. Einmal mal gekonnt, alles. Cooldowns, Cooldowns. Oh, komm, 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 komm. Das Tana ist tot. Sehr gut. Blip. Einmal unter dir. Nein, das scheiß Peller lebt noch. Nein, das gibt's doch nicht. Ne, ich habe keine Lust. Wo seid ihr denn? Tod jetzt. Ist das die Krabbe oder ein Gegner? Irgendwo da ist noch Low-Life-Trash. So richtig Low-Life. So eigentlich, eigentlich gar nicht am Leben. 15 Sekunden bis Drake? Ja. Unterwegs. Jetzt mal bei 213 Stacks. Ganz in Ordnung, glaube ich. Gut, dass es jetzt passiert ist, wenn ich in der Base bin. Maus alle. Maus alle. Ja, guck den Damage an. Ich bin unterwegs. Alter, was für eine Autobahn hast du benutzt. Warte, 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 warte. Jetzt habe ich... Lass mich erst mal heilen. Oh, ich kann auf deine Tunnel porten. Ja, kann jeder. Wuscht ich nicht. Wieso hast du denn den Trick jetzt angegriffen? Weil das ein Auto-Hüt war. Jetzt ist Blake sauer. Und ausgerechnet, mich greift es an. Da habe ich ihn überhaupt nicht angegriffen. Komm, 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 komm. Nein, die haben ja noch gekriegt, ey. Oh, nicht mehr ein Kehl gekriegt. Ah, ich pushe lieber in der Mitte. Mach mal. Wir müssen ja nicht zu viert oder zu fünft da ein Gegnung kehren. Nicht? Ja, aber. Oh, kann. Geh mal so, wenn es geht, mir den Farm bitte geben, weil nach dem Disconnect habe ich jetzt eigentlich überhaupt keine... Nichts! ...fähigkeitstärke noch. Gar nichts. Warst du technisch auch? Na gut, das geht. Weil weg. Okay, du brauchst Farm, sagst du. Alles klar. Ich brauche eher so diese, damit ich halt mit Q-Lasteten kann, für Fähigkeit stecke. Das ist eher mein Problem jetzt. Oh, ich muss irgendwie wegkommen. Oben sind Stacks für dich, Nasus. Hm, schon unterwegs. Puh. War nicht so, was man hier zuerst lasthitten soll. Klar, vorbereitet. Hallo, ich bin Rek'Sai. Hier, jetzt bist du schneller. Komm mal ruhig mit ein bisschen in den Minions. Ups, falscher. Na gut. Oh, hinter uns. Nice. Ich bin unterwegs. Ähm. Wieso kann er durch meinen Cage durchlaufen, einfach? Kann er nicht. Ist er aber. Warte mal, warte, 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 warte. Ja, 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 ja. Nein, hat aber nichts, womit er das könnte. Weil der ist über die Linie gelaufen und in dem Ding dann nochmal seinen komischen Flair-Stack gemacht. Was ging der? Ich habe mir nichts zu sagen, so in der Form. Oben ist die Sin und der andere Typ. Geht weg, ihr Schweine. Ich laufe und laufe. Ich fange euch davon. Na komm, die kriegst du doch noch, oder? Ja, die ist kacke. Nee, kacke. Katze ist unten. Du schubst mich ja noch und weckt der Sack. Okay. Ganz groß und böse. Erik, schau mal hier oben. Du bist auch noch groß und schnell. Ach du Scheiße. Das war geil. So ein ganz kleiner Nase. Jetzt sind wir klein. Kann ich noch schneller machen? Jetzt ist er aber auch groß und böse. Hinter dir? Ja, aber das schaffe ich nicht mehr. Jetzt ist es klein und niedlich. Ich habe es auch zu spät auf der Map gesehen. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Ich bin auch hier. Die machen wir uns. Nee, Niki ist da. Also ich kann gerade nicht. Sorry. Hast du das gesehen? Ja. Der ist auch durch das Ding durchgelaufen. Der war nicht getroffen. Der war nicht getroffen, habe ich gesehen. Der war offensichtlich also nicht getroffen. Also der ist quasi ähm... Oh ja, hier unten habe ich auch. Der ist aber äußerst da rausgelaufen, oder? Ja, es war knapp, aber es ist rausgelaufen. Ich komme zu dir gleich nach unten. Ich werde gleich eben runterporten, wenn ich einkaufen war. Ja, das Tunnel ist... Ach, der Turm ist weg. Ah, schade. Den kommt. Ja. Nee, nee. Da. Okay, ich bin gleich da. Warte, 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 warte. Hier. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Fällt an mich, jetzt muss ich zurück. Ach, lies den Wasser auf mich, schätze ich. Ich bin noch gespielt. Jetzt auf dem Deckel. Na toll. Na toll. Na toll. Ich bin noch nicht gerade. Achtung, Trash kommt nach oben. Tower, 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 Tower. Okay, der ist tot. Äh, hier Busch des Dingens. Oh Gott, Carter kommt auch dazu, die macht uns. Geh da nicht rein, Simon. Bin unterwegs, bin unterwegs. Ich habe mich rausgeballert, ist ja nett. Bin unterwegs. Oh, schöner Cage, danke, danke. Lauf um dein Leben. Schnell, schneller. War das Cage ready? Ja. Nein, noch nicht. Ich hätte den Erik helfen. Oh, komm schon. Nice. Nice, 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 nice. Geh raus hier. Lauf um euer Leben. Simon, nicht wieder rein. Lauf um euer Leben und Simon rennt weiter. Aber ich habe die Ulti von Cutter auf jeden Fall unterbrochen schon mal. Oh, er hat mir ja auf den Hintern gepeitscht. Ich bin unterwegs. Da drauf. Komm, lass mal engagen hier. Sind die bei euch alle oben? Ja, alle oben. Okay, dann versuche ich den Drake zu machen. Wasser Cutter ist jetzt noch. Versuch ganz schnell den Drake zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ob... Nicht splitten. Da unten kannst du auf jeden Fall rangehen, ne? Also... Ich habe schon wieder einen Disconnect. Ich gehe gerade wieder kurz. Ach, Leute. Ich schaffe es gar nicht, alleine den Drake zu machen. Sehr gut. Alles klar, ich komme zu dir zum Drake, aber ich weiß nicht genau... Ich mache den Mid-Tower. In der Zeit. Da haben wir noch richtig schön Gold-Vorteile. Weil ich habe zumindest vor Katharina geschützt. Na gut, die hätte ihn eh nicht gemacht. Ich bin auf dem Weg. Ne, ich brauche mit dem Charakter keine Stacks. Jetzt muss ich noch fliegen, ne? Oh Gott. Die Wölfe! Die Wölfe! LOL. Die Wölfe! Verrichte, verrichte! Die müssen flashen, weg von den Wölfen! Ja. Du bist traurig. Ja. Komm rein, Action. Und Katharina? Fail. Ich bin mal hinterher. Warte, Mann, hast ein Problem. Ich bin gerade am Hustis. Warte, warte, warte. Warte, warte, die Zwelle hat mich, bevor er gestorben ist, halt in die Wölfe reingeschubst und die haben mich dann noch angegriffen. Richtig, Lies. Aber es sah cool aus. Fangen wir an Bord? Reba 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 Ich bin allein hier Soll ich nicht weiter vorne? Ich ist doch hier Ja aber Ich war doch ein bisschen weiter da drin als hier Ich bin auch da unterwegs. Bin auch da. Aber Nathalie ist raus. Ja, ist verdammt. Okay, die wollten was von mir, glaube ich. Okay, dann ran da. Elos geht's. Ich hab eigentlich geschubst, die Säcke. Bin ich nicht in Ordnung. Warum? Einfach pushen. Oh, schöner. Schöner Page. Oh, das war jetzt genug Damage vom Tower. Oben ist Farm. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin viel schneller als du. Nee, nee. Ich portet er sich. Ich glaube auch. So schlimm ist es noch nicht. Wir sind in der Mitte. Und kommen hoch zu euch, die kommen zu euch. Passt auf oben. Hey, lass mal ein Farm hier. Achtung, da ist schon der Erste. Ja, willkommen so. Fehlen sie mich natürlich erst, bevor sie zu dir gehen. Aber warst du viel weiter draußen als ich. Sehr gut. Ey, das ist der Autobahn. Wie geil das aussieht. Was zum Geier war das gerade? Hallo. Das war ja mal mega verrückt. Langsam. Ein Blödsinn. Keines verirre Ehe. Das ist durchs Bild gefahren. Das ist verrückt, ja. Das Tana warte auf mich. Ja, schön langsam, das Tana. So mag ich das. Äh, Katowina. Unten, der Tower. In der Belfe. Da sollte vielleicht irgendjemand hin? Ne? Ne? Ja, mach mal. Darf ich? Das war so. Das war so, weil ich Home Guard habe, ey. Alter, ey. Am Tower. Oh, komm. Nein. Wollte ich eigentlich nicht setzen, aber warum? So. So, jetzt kann ich mir das ein Item noch holen, das ich mir gerade holen wollte. Die Minions. Ach, da hinten. Eieieiei. Echt'n verrückt hohen Mana-Verbrauch. Ja, ich brauch 60 Gold. Komm schon, geht ran. Ich bin dann von hinten da. Okay. Worte rein. Hm, okay, zwei Minuten. Die ist ja heute noch ein bisschen. Ich bin gerade relativ oben, also ich kann gerade nicht... Hahaha, outplayed, my son. Das war'n schöner Tunnel. Wieso, wieso... Was ist los mit dir, Simon? Wieso schickst du mich weg? Weil ich Out of Mana bin. Ich habe mehr Leben wie du. Ne, ne, eigentlich nicht. Ne, ne, eigentlich nicht. Das, das, das Skill-Leben kommt noch dazu. Boah. Meinst du, die machen Läscher? Die gehen da jetzt hin. Ja, ne? Kann ran porten. Ich kann auch mit der Ulti dann da rein. Oh Gott, sie sind hier, sie sind hier! Oh Gott, hilft mich, rettet mich! Oh, schon gut. Also, ich habe einen Trash gefunden. Alles klar, komm, wir gehen an die Katharina ran. Hallo, Kata! Da ist ein Trash hinter euch. Uns egal, glaube ich. Da, Lee Sin aber auch. So, das ist das, was ich meine. Kata ist komplett useless, wenn sie mit ihrer Ulti nicht durchkommt. Ich brauche noch Seels! Da kommt ein Trash. Bleib mal ruhig hier. Danke! Oh Gott! Brauchst du das Trash? Ja, war eigentlich wieder auf mich. Weil du irgendjemanden von den Gegnern angegriffen hast. Ich habe sie gebissen. Aber ich stand einfach nur in der Nähe des Tower. Reksa ist so mies. Guck mal, jetzt ist sie traurig. Drake is up. Hinter uns? Hinter uns? Ich sterbe. Achso, ja, ja. Danke. Das war so ein bisschen so, ach ja, egal. Keiner reagiert darauf oder so. Warst ja auch nicht bei uns. Alle vertiefen. Ich stand direkt hinter euch. Ich war ja nicht weit weg. Kommt der Rengar. Ich versuche den Tower zu retten, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen. Rauschen. Okay. Lauf, 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 lauf. Richtig bin ich schnell genug. Bin dabei. Ich halte hier auf. Irgendwie. Bestimmt. Leva! Alles gut, alles gut. Hast du noch ein Catch? Danke. Uhuh, das war knapp. Nein. Kommt die Angelin da her. Iiiiihihi. Unterwegs. Wie voll das Mini-Kommando, ey. Geh erstmal shoppen. Okay. Bist doch nicht unterwegs. Doch schon, aber die Cutter hat es auf mich abgesehen. Die mochte mich scheinbar nicht. Hä, wieso ist denn Lulu jetzt noch an Cutter gestorben? Ich bin gebackportet, Cutter hat eine Attacke auf mich gemacht und die Attacke ging noch durch, als ich in der Base war. Krass. Das ist ja bekloppt. Bekloppt ist das. Ich brauche noch so viel Gold. Ach, ich brauche noch so viel Gold. Ach ja. Ich hab... Oh, krass. Mhm. Auch der Kills. Ich mach noch keinen... Nicht genug Schaden, ey. Ich brauche noch so viel Gold. Ach, ich brauche noch so viel Gold. Ich brauche noch auf chord. Ich brauche noch ein paar Paar-Ace. Ich brauche noch der Kugel. Ich brauche noch die Leute. Ja, ich brauche noch die Leute zu empfinden. Ich brauche noch einen Kick. Stabilität zu empfinden. Es ist echt nicht mehr. uns aber ich verstehe nur nicht wo die Kata hin ist das ist Martin Buss weg 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 Kata im Single kommt da raus ich bin da zu ich bin da ich bin da ich bin da wo denn? so geil so witzig ja Schlitzi ich hab nebenbei die Tristana weg gemacht sehr gut ok los gehts I'm running ich bin so weit weeg von euch das gibts doch nicht ey ok ok 16 kills ey da weg das ist so geil aber die beiden einfach beide groß beide das sieht immer sehr schön aus wenn die beiden sind oder ganz viele Versalen zum wegfarm naja ich muss noch ein bisschen kommen Mazzis ich bin da ein bisschen leidig ich würd sie auch gerne haben ich auch das Problem ist ihr seid beide Stack Champs ja natürlich halt da oben irgendwelche komischen kleinen Simon ich hab für dich Minions vorbereitet die sind ähm gerade die sind gerade hier oh super ach ja RTK und reden die Leute da sie reden ja die wollen deine Nummer was nein doch sie haben die ganze Zeit geschrieben gib mir deine Nummer ja die Katha siehst du sie wollen deine Nummer ich bin da du gemeintest Schatze du bist, du bist echt süß Und ein bisschen seltsam. Da waren das viele Leute, und ich bin schüchter. Na, Simon. Ida, Rini! Ich bin weiter dahin. Ich bin schneller. Nein, ich bin schneller. Ihr seid solche Opfers. Lass mich durch, Minions. Aus dem Weg. Ja, zumindest vier habe ich noch erwischt. Ha ha ha, Simon. Ha 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 ha. Nein! Ich will doch nur ein paar Minions haben. Wo ist der Truton hier vorne ab? Ey, du Supporter. Mach meine Minions nicht weg. Der Truton ist ziemlich eiskalt. Nein, ich hatte gemutet, weil ich mir die Nase geputzt hatte. Da war ein Gegner die ganze Zeit. Oh, guck mal hier. Hier ist Party in der Mitte. Alles klar, Party. Ich bin unterwegs. Morgen geh weg. Wo ist die Party? Ich bin da und keiner mehr da. Was soll das? Keine Ahnung. Ich will nicht alleine rumlaufen. Der Party-Crasher. Nicht der Cardi-Crasher. Der Cardi-Crasher. Der Cardi-Crasher. Nein! Wollen wir ran? Wollen wir ran? Das ist Simon hier. Das ist ein Crasher. Da wäre ein What? Ja, okay, rein da. Okay. Da bin ich nicht. Hinterher. Guck mal, hätte man. Ich komm nicht hinterher. Ich muss aber hinterher. Warte, 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 warte. Was sind alle? Ich komm nicht hinterher. Ohohohoho. Mann! Erik, du wirst immer drin. Es gibt nicht zu weit drinne! Es gibt nur nicht, wie wir das anmachen. Okay, alles klar. Doch, das war Simon. Der macht das nach! Boom, getroffen. Da kommt der Support-Kill-Stil. Es gibt nur zu wenig Creme, ne? Ernsthaft? Ich habe 16 Assists. Komm schon, ab zum Baron. Oder Drake. Nee, Drake. Ich will Drake haben. Okay. Ich will Drake haben. Mir doch egal. Dann hol den Kill. Los! Na wie denn? Forever alone. Forever alone. Der Drake mag mich nicht. Der hat mich weggeschobst. War das nicht klar? So, ein mieses Stück. I'm warning! Ich bin alleine hier! Ja! So, Drake kill, nein. Du hast nicht meine Süß gekriegt dafür. Nee, ich war einfach zu spät da. Baron? Wäre ich voll für. Guck mal, wie schnell ich zu haue, ey. Kati, 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 ich bin schneller. Alle fehlen. Ach, da ist Sarah. Und das Krokodil. Hier macht den Baron und ich tanze. Ich habe kein Wort mehr. Okay, ich halte die Leute hier bei der Schlange. Ja, wenn ich nicht gerade hier hochgeruselt werde. Könntet ihr mir was nützliches machen und so helfen und so? Ich bring genug mit. Nein, ich tanze. Ich bring Leute mit, also. Na toll! Toll, Simon! Ich habe keinen Smite. Ist dir das klar? Ich meine offensichtlich nicht, aber... Danke. Jetzt sind wir alle tot. Du hast uns alle getötet. Simon, wie war das in den Öl in Ages? Ich dachte, dass du sie weglochst oder so. Jetzt machen Sie, Baron! Ja. Das war sehr doof. Das war unnötig. Wenn du das jetzt überlebst, ne? Du musst deinen neuen Freund nicht jedes Mal mit nach Hause nehmen. Aber er mag mich. Das sagt er jetzt nur so. Der ist nur hinter deinem Körper und dein Geld her. Dein eigener Team-Mate hat uns verraten. Ja, echt. Preferred. Ich glaube, ich habe Kati kaputt gemacht. Ich wollte schon Zahne trinken. Ja. Ne, jetzt schreibt Ricksai hat was mit, und Vega klingt das falsch. Ja, irgendwie ein bisschen, ne? Die Re-Potten, was ist für den Rücken falsch? Ich bin schon mal beim Baron. Hier war irgendwo ein Wort. Wirst du weg? Die haben sie auch schon getrunken. Doch. Was? Hallo, ich bin Rexai. Ich bin unter der Erde. Ich krieg ein Scheißdreck mit. Hier ist ein Lieschen hinter euch. Da ist immer hinter euch. Da ist noch der ganze Rest der Party. Randa! Randa! Okay, Randa. Was seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Warte, warte, warte. Das ist mich. Dann komm ich auf. Dann kommst du auf. Okay, jetzt kommt's auf den Deckel. Hallo, ich will auch einen Kill. Ja, hey. Scheiß, einfach Disrespect hier. Fuck auf den scheiß Baron Buff. Echt mal. Braucht keinen Mensch. Diese scheiß Killst du wegen meinem Cage. Ich hasse euch. Ich lieb dich auch, Schatz. Nein, tust du nicht. Doch, tu ich. Ich will dir einfach da ein Kill geben. Aua. Hallo, Revelle. Du willst leider deinen Freund umbringen. Nein, nein, nein. Du hast sogar mit drauf gehauen. Ja, echt? Was bist du überhaupt davon? Nein, nicht Katrina. Ich hab Angst vor ihr. Ich nicht. Die beschwert dich schon immer, wenn ich da bin. Alter, ich bin Baker und hab vier Kills. Was? Komm, wenn das passiert. Oh, da kommen sie. Einmal ein riesen Rex. Ich bin groß. Guck mal. Ja. Zum Ende hin. Du hast den letzten Kill des Spiels. Ja. Den wichtigsten. Den wichtigsten? Naja, würde ich nicht sagen, aber... Okay, dann nicht. Man hat's versucht. Also, hier das macht lachs網 Weg. Du hast das Auftrag gemacht.